Meier vom Gestüt Spree und der gekürtischte Lipsow-For-Keep-Sohn Samurai. For-Keeps im Übrigen hat hier, ich glaube 15 Jahre ist es hier, mit Lars Niebeck den großen Preis von Neustadt-Dosse gewonnen. War der größte Erfolg dieses Paares Niebeck und For-Keeps. Samurai war im vergangenen Jahr unter Gairi Jossa für den Stahl Michaels Baerbaum noch platziert im großen Preis von Redefien. Er bestreitet jetzt, nach dem ersten gemeinsamen Auftritt dieses Paares in der Frankfurter Festhalle, sein erstes Weltranglisten-Springen unter Tobi Meier. Er sprang eben am Steilsprung so ein bisschen nach links, eigentlich war das ideal. Konnte er einfach nur beruhigt weiter reiten und die sechs Galoppsprünge einhalten. Samurai. Skelton hieß ja damals ja noch als Siebenjähriger, als er Seriensieger war in Youngster-Touren unter Jansprähe. Dann im Stahl Michaels Baerbaum, umbenannt in Samurai. Spitzenrunde dieser beiden bisher hier. Kommen sie jetzt in die Schlusslinie. Einer noch. Und auch der Schlussoxer bleibt liegen. Erlaubte Zeit passt nicht ganz, aber dennoch ist das ein super Ergebnis. Für Tobias Meier und Samurai ein Zeitstrafpunkt. 0,55 Sekunden zu langsam gewesen. Hinter den fünf federfreien Ritten sind sie aktuell Sechste. U variant instMI. 0,67 Sekunden48. 0,87 Sekunden. 0,89 Sekunden verhören. 0,49 Sekunden. Vielen Dank.